jo liebe leute herzlich willkommen zu let's play metro exodus also willkommen zurück ja wir machen jetzt weiter geht weiter mit der story das geht heute weiter wie gesagt ich versuche meistens wie gesagt diese viertelstunden bis 20 minuten level zu sein geht los das ist ja gut verstanden nicht so schnell und passt auf die strahlung auf weiter wie rot denn kommst du in die ecke hier ist ich kann es noch nicht glauben wir sind da glaubst du es wir sind endlich da das war unser ziel nicht nur seit wochen oder monaten sondern seit 20 jahren mein ganzes leben und es war nicht umsonst jetzt kann ich es mit sicherheit sagen ich weiß nicht warum es gefällt mir hier nicht es ist unheimlich ok was ist mit mir du hast schon so lange davon geträumt hierher zu kommen und jetzt willst du mich zurücklassen bin ich deine tochter oder nicht also gut komm mit sonst nimmt das ja nie ein ende eine kluge entscheidung die sind schon voraus gefahren mit der drasine na gut es ist vielleicht schon ein bisschen schwer als mit der kompletten lok zu fahren bringt die aurora zurück in die sichere zone und bleibt dort kommen wir sofort steppern du übernimmst die führung solange ich weg bin jawohl sehr gut auf geht sowas ich frage mich ja Wir sind in der sicheren Zone, die Zahlung äußerst gering. Warten auf ihre Rückkehr. Ende. Gut, Müller, Ende und aus. Gut, Müller, Ende und aus. Gut, Müller, Ende und aus. Was? Oh, die kleine Kamera mit dem Geschütz da oben. Sie müssen den Zug zur Dekontaminierung in die Hauptluftschleuse bringen sollen. Willkommen in der Arche, Herr Oberst. Fahren Sie durch den Tunnel und nehmen Sie dann den Aufzug. Drinnen dürfen Sie in der Parklebe. Warum ist hier alles so verraschen? Keine Waffenstellungen, keine Patrouillen? Wozu sollten Sie sie brauchen? Ein Atomschrengkopf würde hier nichts für wirken. Ziemlich merkwürdig, gerade so ein bisschen. Wir müssen nicht alle zur Regierung, also bleibt ihr besser bei Crankst. Jawohl, 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 jawohl. Also, wir sollen mit, okay? Na gut, klar, auf Jugur, wollen wir ja auch mitbekommen, was da gesprochen wird gleich. Wahrscheinlich gleich, weiß ich nicht. Wie gesagt, konnte interessant werden. Das ist recht, Artyom. Und ich nicht. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. So. Wird schon schiefgehen. Oh, hell. Genosse Minister, Kommandant der Sondereinsatztruppe der Stadt Moskau, Oberst Miller meldet sich zur Stelle. Ich möchte darum bitten, dass meine Leute vorübergehend mit Quartieren und Vorräten versorgt werden. Es befinden sich auch Frauen und Kinder unter uns. Unsere Kämpfer sind jedoch noch in Form und einsatzbereit. Frauen und Kinder? Jo, die hatten wir schon lange nicht. Wer sind sie? Äh, warte. Was geht ab? Ah, Kopfschmerzen. Wo bin ich? Wo sind die anderen? Alles läuft wie geplant. Alles ist gut. Bis jetzt. Bis jetzt? Ich verlange ein Treffen mit dem Verteidigungsminister. Sofort. Keine Sorge. Alles wird gut. Und sogar noch besser. Der Minister und der Anführer höchstpersönlich erwarten sie zum Essen. Essen? Was zum Teufel? Wollen sie mich verdammt nochmal verspunden? Halt die Klappe! Der Doktor spricht! Wo ist die Regierung? Antworten sie! Hier, Herr Oberst. Hier. Wir sind die Regierung, die sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Ihr seid doch nur... Nur verdammte Kannibalen! Beruhigen sie sich, sonst bekommen sie noch Gelbsucht. Und glauben sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Das Mädchen muss allerdings noch warten. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde meine Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt. Achten sie auf ihre Wortwahl, junge Dame. Machen sie es wie der junge Mann. Er ist vor langem aufgewacht und hört auf, kluge Mensch. Du Scheißkerl! Lass mich... Lass mich los! Halte, aber es geht hier ab. Also, Herr Oberst, Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen Ihren übrigen Leuten im Zug, dass Sie herkommen sollen. Es sei denn, Sie wollen, dass Sie lange leiden. Bevor Sie serviert werden, haben Sie verstanden. Und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation. Schade. Das ist jedoch kein Problem, da dieser nette junge Mann das stattdessen übernehmen wird. Sobald wir mit Ihnen fertig sind, wird er es nicht mehr wagen zu widersprechen. Naja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Jakob, du kannst anfangen. Ich krieg dich noch, selbst wenn ich tot bin. Das könnte durchaus passieren, Herr Oberst. Ich könnte mich an Ihnen verschlucken oder so. Die Frage ist, was passiert jetzt hier? Das werden wir vielleicht herausfinden in der nächsten Folge. Oder sogar noch diese Folge. Mal gucken. Machen wir diese Folge. Ihr mich zu entschuldigen. Kommt her, ich reiß euch alle in Stücke. Jeden Einzelnen von euch, das hätte ich schon vor dem Krieg tun sollen. Was geht da ab, Alter? Jetzt werden wir wieder satt sein. Gut. Na gut, dann auf geht's. Oh, oh, ich glaube, wir kriegen Besuch. Alter, was geht bei dir jetzt ab, gerade, ja? Gut, dann auf geht's. Gut, dann auf geht's. Ich brauche Munizier unter jetzt. Ich brauche Munizier mit. Scheiße. Alles mit hier, was geht? Sicher, sicher. Für den Fall, da ist ja alles voll. Bei einer habe ich dir noch mitgenommen. Alter, was ging da ab? Die 6. Selbst der Aufzug ist genau derselben. Was für ein Glück. So besteht Hoffnung, Anna zu finden. Der Komplex ist allerdings riesig. Und wir haben maximal 10 Minuten. Also müssen wir uns aufteilen. Sam, du siehst den Filterraum. Und in der Generatorenhalle und dem Lager nach. Idiot. Du kommst mit mir zur Kompetenzhalle. Du übernimmst die Unterkünfte und das Krankenlager. Ja, geil. Ich halte mich dafür raus. Ja. Kann ich mir mal bitte... Ei, 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 ei. Na komm. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann bis morgen. Dann bis morgen, 30 Sekunden? Wenn mal. Vielen Dank.